Technikbauer sagt Hallo zu einer neuen Anleitung. Im heutigen Video wollen wir euch zeigen, wie ihr den Shop-Modus bei euren Hisense-Fernseher aktiviert. Nach dem Intro legen wir gleich los. Wie bei den anderen Herstellern gibt es auch bei Hisense den Shop-Modus. Das heißt, hier wird alles eingeblendet, die Funktionen, was der Fernseher alles kann, damit der Kunde im Shop weiß, was dieses Modell alles an Funktionen hat. Wie der Name schon sagt, Shop-Modus wird im Shop oder im Geschäft verwendet, ist nicht für den privaten Haushalt gedacht. Ihr könnt es trotzdem aktivieren, falls ihr sehen wollt, wie das Ganze aussieht. Auf der Fernbedienung Menü, Einstellungen, System, nach rechts scrollen, Benutzermodus und hier habt ihr jetzt den Punkt Heimmodus oder Verkaufsmodus. Wir wählen Verkaufsmodus aus, bestätigen das Ganze und jetzt wird der Shop-Modus aktiviert. Und im Shop-Modus habt ihr auch natürlich jede Menge tolle Bilder, die zeigen sollen, wie gut der Fernseher ist oder die Farben und den Kontrast. Das seht ihr hier, ich habe hier wirklich keinen USB-Stick angesteckt, gar nichts, sondern das sind die Bilder von Fernseher. Und gleichzeitig seht ihr jetzt auf der linken Seite, was er alles kann, welche Funktionen der Fernseher besitzt. So kann man am besten den Fernseher im Shop präsentieren. Eine super Methode. Ich brauche hier kein zusätzliches Device wie einen Stick oder was ähnliches, sondern kann direkt hier loslegen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann zeigt es doch mit einem Daumen nach oben oder einem Abo. Abonniert unseren Kanal, dann seid ihr immer auf dem neuesten Stand. Technik Bauer sagt Danke fürs Zusehen und auf Wiedersehen.